Jo, Mädels und Boys, äh, Boys und Mädels, wir sind wieder bei einer neuen Aufnahme of TechEd, und ich bringe hier... Alter, Minecraft-Sounds sind so übertrieben laut, ne? Äh, so wie sich gehört, sagst du? Von mir auch erstmal, hallo? Ja, klar, jetzt haben wir gleichzeitig die Kisten aufgemacht, ey, du bist auch so ein Held. So, Ressourcen holen, hab ich gesagt, ne? Ja, aber es ist nach wie so, lieber erstmal penden. Ressourcen holen, hab ich gesagt. Ja, ja, erstmal penden. Hör auf rum zu holen, ey, ich meinte eigentlich, koppelt's da mit so nem Müll. Ja, kann man ja auch noch machen, aber ich mach hier erstmal diese Türe weg, weil wir wollten ja noch draußen. Zack, so. Vielleicht baust du erstmal das Lagerhaus aus, vielleicht wäre das... Ja, du bist ja schon fleißig dabei, so. Ich kann dir ja weiterhelfen. Aber ich geh mal in die andere Richtung. Guck, dass du Holz holen gehst. Ja, ich geh Holz holen. Mit ne Holze-Axt. Wem, Junge! Äh, haben wir auch irgendwie ne andere Axt aus Stein oder Eisen oder... Nein, haben wir nicht. Schade. Ja, ich bin da schon mal rein. Ja, ich bin da schon mal rein. Erstmal hier, boah, überall dieser verkackte Erde, aber. Mega. Warum sitzt hier eine crafting table? Achso, Leute. Du weißt da rum rum doch abgenut. Boah, mega fett. Also, das ist echt so. Also, wenn ich heute echt nicht viel laber in dieser Aufnahmesession, Freunde, dann tut's mir echt leid. Aber das liegt echt daran, dass ich tierisch müde bin. Letzte Nacht eigentlich nur, Zombie hat die Klappe, durchgezockt. Auch nur FIFA, also wir haben nichts anderes gezockt. Nur FIFA. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich gestehen, dass ich fast jedes Spiel verloren hab. Woran's liegt, weiß ich nicht. Ob's jetzt am Energy lag oder... Nein, ob's am Energy lag oder ob's am Vplus lag, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wo's dran lag. Auf jeden Fall könnt ihr dann später irgendwann mal auf meinem Zeugskanal vorbeischauen. Da ist auch ein lustiges, sinnloses Video, was ich gemacht habe. Corporate Alex hat dann vorgeschlagen, die restlichen Ressourcen, die wir noch im Kühlschrank haben, wettsaufen zu machen. Haben wir dann aber noch nicht mehr gemacht, sind wir dann auch nicht mehr zugekommen. Nein! Und was schreist du hier so rum? Nein! Warum hast du hier so rum? Warum wir schreist du da? Warum nochmal schreist du hier? Ich bin grad zwei her. Warum? Alter hab ich mich grad feiner... Ich bin grad mit Mama... Boah! Der steht auf einmal mein Creeper auf der Ecke, ey. Ach, der Schei ist doch... dann ist alles schott doch alles wort er auch ein paar Schläge gegeben der Mann und am Ende da haben wir dann trotz zu explodieren hier haben sie geholfen ich bin ich nicht beijagd die Leute da wird verstärkt auch in den der eine Verwaltung die um ein Mabel und ein Schmerz ab war ja hier wurde portal gerade der blau ist draußen jetzt sehe ich nicht aber ist ja egal ich habe keine portal dann und ich habe eine gravitation ja ich weiß noch einmal da wo das war an den Baumstamm da jetzt komme ich gerade den Berg hoch hier unterliegen ja sehr schön jetzt endlich ähm ich habe hier gerade mal zufällig paar Schafe gekillt jetzt haben wir neun Wolle jetzt haben wir zehn Wolle also wenn man was für mich noch ein paar Betten machen müssen wo die Skogeldmann Kaktis Nürnberg an Nein nicht jetzt keine Zeit in der Sonnenschein der Bunker Ackler Gott schrecklich Koppel Koppelbauer sind ich habe immer überlegt wir sollten vielleicht die Schafe demnächst nicht Töten oder vielleicht einfangen, wäre vielleicht sinnvoll. Ja, aber die Edi haben schon länger gehabt. Weil wir töten hier irgendwie alle Tiere und nachher haben wir nämlich dann gar keine mehr. Doch hier bei der wird uns Bondi glaube ich noch. Ja, das wäre wenigstens wie schlecht. Irgendwie sowas habe ich gelebt. Das wäre gut, weil ich töte gerade alle Tiere. Das wäre ziemlich blöd. Wir haben kaum noch Holz. Ja, ich bin ja gerade dabei. Okay. Gibt Stopf! Ich habe nicht keinen Brennstoff mehr, weil ich keine Kohle mehr habe. Und jetzt bin ich gerade mit den letzten Holzplanken zusammenbrennen. Weil ich einfach... Kohle wollte ich auch noch suchen gehen. Ähm... Brennest Baby! Brennest Baby! Brennest Baby! Brennest Baby! Ich guck mal, vielleicht brauchen wir ja Sand. Sand brauchen wir bestimmt auch, oder? Ja, viel Glas. Wenn ich gleich mal ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob man da für irgendwelche Ticket-Sachen glas braucht. Das weiß ich gerade nicht. Dann müsste man nachgucken bei den Rezepten. Alter, Holz brennt schneller als Kohle. Nein! Die Kohlebrenzeler anschließend von Evropa in Vollschnellkohl... ...das ist ja Bild. Uh... Das war ja... Wators... Wenig. Unlogisch. Normale wird Kohle und weiter. Waaah! Normalerweise. Aber ist Minecraft normal? Nö! ja irgendwie nicht naja Battlefield noch mal? Nein. Kein Spiel ist noch mal alles. Hör doch Far Cry. Genial, ich hab ein Dörfli gefunden. Schauen wir doch mal was wir finden. Bienen, so Bienen, 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 Schüttel, Bienen, Schüttel, Züchter, meine Fresser, dort. Nein, nein, Bienen, Züchter, Alter. Typisch. Ich war da gar nicht. Warum haben wir hier gekämpft? 1 Morgang für knowledge, edge. 15 Euro für 1 Emirates. Naja, viel los ist ja nicht. Boah, mit viel Müll, ey. Crafting Table, kann man nicht brauchen. Kann man auch nicht gebrauchen, Freunde, die wir haben. Die haben nämlich nicht so. Ja, was wir dann abspacken. Die Blöcke kommen wieder, wenn ich die abbaue. Bitteschön, schwarzes Wasser. Schwarzwaffe, Wasser ist Öl. Okay, dann hab ich Öl gefunden. Kannst mit einer Rappenarie, wenn die gebaut hast, äh, abpumpen. Okay. Damit kannst du dann zum Beispiel, äh, was war das? Ölverbrennung zu sagen, oder so ein Kram kann man damit dann bauen. Interessant. Aber die haben ja nicht viel. Naja, aber, wenn ihr das findest, ist eigentlich schon relativ reich mit Strom bestückt, wenn ihr das dann abbauen kannst, äh, ja. Naja. Ich komme mal wieder zurück, weil die haben ja echt die vier. Hier leckt Minecraft auch nur, wenn ich hier rumlaufe, wo ich jetzt kann. Ja. Machen wir geil. Ich hab jetzt schon neun, äh, Maiskörner angebaut, also abgebaut. Wie wächst der Müll hier langsam in der Kacke? Joa, Schöpkes. Ihr mich auch. Ich brauche verkackt Kohle. Ja, du kriegst dich, wenn ich welche Funden hab. Ich hab keine Fackel. Ich versuche jetzt erstmal genügend Holz zu sammeln. So, dann machen wir doch hier hin. So, da haben wir nämlich jetzt keine Kohle mehr und da haben wir... Boah. Der Müll. So, rein da. Das war jetzt der Rest der Kohle, die wir verballert haben. Oder ich verballert habe. Ich hab noch Rubber im Sitz. Mann, 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 ja, hab ich. Boah. Oh. Oh, dann kann der halbe Energy auch nicht krallen noch um trinken. Wenn dann ich halbwegs mal wach bleibe. Ich hab mein schon weg. Ist schon leer oder was? Ja, klar. Alter, das soll einfach. Gibt's denn nicht. Ich hab schon Probleme. Nö, nö. Kann ich mir vorstellen. Hab ich schon lustig. Also ich... Also muss man schon echt sagen, dass... ...Together doch besser ankommt als eigentlich normales Minecraft. Wie man bei unserer ersten Folgen jetzt schon sehen kann. Weit über 40 Euro. Für knapp eine Woche. Wenn er jetzt noch mehr Leute werden, wird das wahrscheinlich noch besser ankommen. Ja, 100 Euro. Aber, ähm... Nein. Ich glaub, ich lass das... In diesen Folgen lass ich das aber dann mal mit der Musik, ne? Ja, ja. Das wär, glaub ich, besser. Das wär, glaub ich, besser. Ging mir aber so. Bei der letzten Folge. Ja, das war ziemlich laut, teilweise auch. Ich glaub, einige waren das dann nicht so gut. Das sage ich nicht. Obwohl das ja eigentlich dann... ...besser ankommt, ne? Musik. Noch ein bisschen besser. Ich hab die... Pass auf, wenn du reinkommst. Ich hab die Tür mit diesen blauen Stachelkristallen ausgestattet, ne? Wenn du da jetzt reinrennt, dann hast du direkt einen draufkritt. Na toll. Das heißt, du hast dann direkt an der Sitzen. Also die hintere Tür zu der Höhle, ne? Ach so, da ist doch eigentlich keine mehr. Ja. Die hab ich doch weggemacht. Jaja, die ist aber wieder... Oha! Ah, nur! Oha! Ich bin so'n Trottel, ich kann da auch rein. Ich bin auch grad hier den Raum um null machen. Naja, schon klar. Dein Bettchen musst du grad weichen. Ja, super. Ähm. Ja, unsere beiden Betten, die müssten gerade weichen. Ich versuche jetzt mal hier einen ordentlichen Aufgang zu machen. Ich habe keine Angst, das regt mich grad ein bisschen auf der Hauptkur. Weg! Ja, ich hab einen ordentlichen Aufgang geschaffen. Und das ist ja ein bisschen der Erdboxe bescheuert. Sooo... Schau mal, wie das Zimmer eingerichtet du hast. Jo, die Fisste! Schön, nicht hier runter ein. Nicht hier runter ein. Hier liegt gerade so'n Zeug. Ja, das hast du zwar reingesommen schon. Ja, ja, ich bin ja auch gerade hier. Magic Map, was war denn das? Das war doch das, was da aus dem Sinn rausgekommen ist, ne? Das müssen wir noch weg. Ja, kann sein. Was ist denn Magic Map? Hier, da. Leg.